Oh, ich habe keine Lebensweisheit, ich hasse Weisheit. Wenn mir jemand ein Stofftier schenkt, das finde ich eine unglaublich zärtliche und schöne Geste. Ich liebe Plüschtiere einfach, weil ich finde die schön verarbeitet. Ich finde das ein bisschen wie Mode oder so. Ich kann mich daran erfreuen, wie das designt ist. Und außerdem sind sie natürlich ganz süß, die Stofftiere. Sondern wenn es einem schlecht geht, das passiert ja oft, wenn man allein ist und einsam, dann gibt es nichts Besseres, als ein Stofftier in den Arm zu nehmen. Im Sportunterricht hat sich der unselige Geist des deutschen Nazifaschismus überlebt. Und das ist wahrscheinlich auch heute noch so. Für mich war Sportunterricht die Hölle. Ich bin sehr, sehr lange Zeit aus ideologischen Gründen nicht Fahrrad gefahren. Ich habe das einfach nicht gemacht. Ich habe auch kein Fahrrad besessen. Ich habe mir jetzt aber vor einem halben Jahr ungefähr ein Fahrrad gekauft, weil ich eine Zeit lang nicht Auto fahren konnte und durfte. Liebe bedeutet für mich nicht wegzurennen, wenn es kompliziert wird. Meine erste Jugendliebe ist jetzt die Lebensgefährtin unseres Gitarristen Rick McPhail. Kein Witz. Mein Herz schlägt sehr schneller durch viele Drogen, Alkohol und Zigaretten. Das ist eigentlich der Hauptgrund dafür und es ist nicht so angenehm. Aber alles andere davon ist natürlich angenehm. Deshalb nimmt man das dann in Kauf.